Gekka's Garage, time to flicks! Bitte sehr, Mama Truck. Jetzt funktionieren deine Blinker wieder. Gut, dass ich immer Glühbirnen dabei habe. Hey, das ist Molly, die mit ihrem Lieblingsspielzeug spielt. Und Baby Truck ist auch da. Er sollt doch teilen. Oh, Baby Truck, du hast ein Aua. Aber das wird schon wieder, versprochen. Molly? Sehen wir uns dich mal an, Molly. Alles okay? Oh nein, Molly verliert Öl. Ich habe das Werkzeug für die Reparatur nicht hier. Wir müssen sie zur Werkstatt bringen. Schnell! Hm, ich werde deine Hilfe brauchen, Baby Truck. Kannst du für freie Bahn sorgen, damit ich Molly schnell zur Werkstatt bringen kann? Beeilt euch, gebt mir euer Wort. Ein Fahrzeug braucht jetzt und sofort. Oh nein, Eric und Dylan blockieren die Straße. Danke, Eric und Dylan. Gut gemacht, Baby Truck. Werkzeug aus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Keine Sorge, Molly, wir sind für dich da. Gleich geht's dir wieder wunderbar. Gemeinsam reparieren wir gern. Jeden Freund von nah und fern. Schweißen, schweißen, retten, prüfen und dann kommt alles wieder ganz schnell dran. Jetzt bist du wieder so stark wie zuvor und kein Öl tropft mehr aus dir hervor. Oh, ohne deine Hilfe hätten wir das nicht geschafft, Baby Truck. Oh, seht mal, Blaui hat den Spielzeug Truck repariert. Gut gemacht, Blaui. Und schön, dass ihr zwei teilt. Ich bin so stolz auf euch. Bis bald. Und dann habe ich ihn gesehen. Er kam aus dem Dunkeln. Mit großen, glühenden Augen. Und riesigen, wackeligen Rädern. Es war der Geistertruck. Oh, ist okay, Mechaniker. Es ist nur eine Geschichte. So etwas wie Geister gibt es nicht. Nicht wahr, Oma? Natürlich nicht. Aber große Geschichten machen so viel Spaß. Hm, ich frage mich, wo Tilly mit den Marshmallows bleibt. Ah! Nur noch ein paar Zweige für das Feuer, bitte, Gelb. Gelb? 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 Gelb. 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 sondern unsere Zilli. Es war dunkel und stürmisch. Keine Geistergeschichten mehr, Oma. Also schön, keine Geister. Dann erzähle ich euch vom gruseligen Wehrkänguru vom Kowa-Banga-Canyon. Gleich sind wir wieder in der Werkstatt, Mechaniker. Wow! Jemand hat auf der Straße Müll verloren. Da liegt sehr viel. Und Mama Recycling sieht nicht glücklich aus. Komm mit. Wenn wir der Spur folgen, finden wir raus, wer es verliert. Ja! Hm, die Spur führt nach links. Es ist Dylan. Dylan Kipplaster. Durch die kaputte Ladeklappe verliert er Müll. Aber seine Musik ist so laut, dass er es nicht bemerkt. Mechaniker, wir müssen Dylans Musik leiser stellen. Lasst uns zur Rettung dies verwenden, anstatt es einfach zu verschwenden. Dylan! Dylan! Deine Ladeklappe ist kaputt. Aber keine Sorge, ich repariere das. Und Mami Recycling und die Mechaniker sortieren den Müll. Ha! Fertig! Wie läuft das Recycling? Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Gikkos Werkstatt. Dylan! Mach leiser! Schon fertig, Mama Truck. Der neue Reifen passt perfekt. Also gut, Mechaniker. Verstauen wir den alten Zaun. Wir wollen nicht noch einen Truck mit plattem Reifen riskieren. Baby Truck, warte! Du darfst nicht alleine wegfahren! Baby Truck, wo bist du? Stumpfe Schraubenzieher! Bei dem Regen brauchen wir Augen am Himmel, um Baby Truck zu finden. Ah, das ist es! Kat, kannst du mich hören? Hier ist Gecko! Wir haben Baby Truck verloren. Kannst du uns helfen? Claro que sí, Gecko! Ich bin auf dem Weg! Oh, ich sehe Reifen spuren. Folgt mir! Komm schon, Mama Truck! Wir finden dein Baby! No te preocupes, Baby Truck! Halt dich fest! Natürlich! Sie braucht ihren Schnuller, um sich sicher zu fühlen. Aber wie bringen wir ihn zu ihr? Denk schneller, Gecko! Das Wasser ist dein! Ich habe eine Idee! Bitte sehr, Baby Truck! Und jetzt bringen wir dich weg hier! Wir sind sicher! Aber nächstes Mal denk daran, nicht alleine wegzufahren, Baby Truck! Danke für die Hilfe, Kat! No problema! Ups! Sieht so aus, als wäre der nächste Stopp die Waschanlage! Kommt, Mechaniker! Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns! Wow! Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo Herr Wiesel, ich bin Gecko. Äh! Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch! Äh! Ich heiße Gecko! Okay, Fluella. Das dauert nicht lang. Ähm, ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity! Das ging echt schnell! Oh je, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Hm, ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Äh, ich geht! Ups, wir sehen uns bald wieder, in Geckos Werkstatt. Bis bald! Oh, was ist los, Grüni? Wow, Kat und Helena sind hier, damit wir ihre neue Ausrüstung installieren können. Macht euch bereit, Mechaniker! Grüni? Hola, Gekko! Oh, hi, Kat! Aha, Zeit für eure ganz besondere Ausrüstung. Los, los, Mechaniker! Darf ich mit ihr reden, Gekko? Danke, Kat. Was ist los, Kora-San? Kann ich dir bei irgendwas helfen? Fertig und bereit für einen Testlauf. Wartet! Wir können es nicht ohne Grüni testen. Manchmal fühle ich mich auch nicht so gut, aber Traurigkeit zieht vorbei. Genau wie die Wolken. Die sind hier unten bereit, Kat. Die sind hier unten bereit, Kat. Los, los, Helena Helikopter! Übernimm du das, Grüni! Ich glaube an dich! Ich glaube an dich! Haha, gut gemacht, Kat! Das war unglaublich! Das war Grüni! Ja, gut gemacht, Grüni! So ist gut, Mechaniker! Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Äh, du! Oh, nein! Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggenießt. Oh, keine Sorge! Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker! Das ist kein Zahn! Ighitt! Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn! Oh, eh, oh! Oh, Vorsicht, Gelbi! Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht. Aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh! Wartet mal! An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blau ist Staubfädel. Aha! Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Gekos Werkstatt. Bis bald! Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein! Du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssten leise sein. Oh! Pfiuh! Das war knapp! Oh! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh! Nein! Oh! 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 Fertig, Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nicht mehr. Da schaue ich nur ganz kurz hin. Ah! Oh! 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 Danke, Roti. Heute ist es wirklich heiß. Sieh mal da drüben. Babytruck und Mami Recycling wollen ein Picknick machen. Aber Babytruck sieht gar nicht gut aus. Komm mit, Babytruck. Wir sehen uns dich an und schauen mal, was dir fehlt. Oh, das ist das Problem. Du glühst ja förmlich. Schnell, Mechaniker, holt Wasser. Oh je, du hast nicht genug Wasser getrunken, oder? Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken, wenn es so heiß ist. So ist es besser. Aber ich glaube, die ist immer noch zu heiß. Aha, ich hab's. Stell die Waschanlage bitte auf kalt, Roti. Okay, Babytruck. Zeit für eine Abkühlung. So ist's besser. Jetzt könnt ihr Picknicken faden. Habt viel Spaß. Bis bald. Hallo zusammen. Wir reparieren gerade Mami Recycling. Aber, oh, es wird schon spät. Ihr solltet hier übernachten. Kommt alle rein. Es wird langsam Zeit fürs Bett. Sie sind so aufgeregt, dass sie nicht schlafen wollen. Aber ich habe eine Idee. Erst waschen wir euch mit viel Schaum. Und dann gibt's einen schönen Traum. Und jetzt ist es Zeit zum Abtrocknen. So werden sie nie schlafen. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Müde Mechaniker, kommt jetzt nach Haus. Ihr arbeitet viel, aber jetzt ruht euch aus. Oh. Liebe Mechaniker und Babytruck. Schlaft jetzt ganz schön. Ich wünsche euch Gute Nacht. Gute Nacht zusammen. Hallo zusammen. Wir bereiten uns auf Karneval vor. Die Mechaniker werden gerade mit ihren Kostümen fertig. Haha, was für eine tolle Jacke, Oma. Danke, Geki. Beim Karneval geht es schließlich um die Liebe. Also wo sind meine Freunde? Ich will ihre Kostüme sehen. Haha, eine tolle Banane. Oh, Blaui, mein Herz. Nicht so schüchtern, Grüni. Du siehst fantastisch aus. Wartet, wo ist Roti? Kommt mit, Leute. Auf die Straße mit uns. Was ist denn los, Roti? Das ist der Entwurf für dein Kostüm? Das ist fantastisch. Ja, wirklich. Es ist okay, nervös zu sein. Aber mach dir keine Sorgen, was andere denken. Beim Karneval geht es darum, sich auszudrücken und stolz darauf zu sein, wer man ist. Und ich werde immer stolz auf dich sein. Oh, ja. Hehe. Motoren an. Los, Roti, du schaffst das. Ich bin so stolz auf euch. Weiter geht's mit dem Karneval. Hihi. Hihi. Wow. Gut gemacht, Mechaniker. Eine saubere Werkstatt ist eine glückliche Werkstatt. Hihi. Ah, seltsam. Wir haben keinen Strom. Irgendwas stimmt mit unserer Solaranlage nicht. Oh je. Das Sonnenlicht kommt nicht durch. Aber das ist keine normale Wolke. Lasst uns das untersuchen. Hm. Versuch's mal jetzt, Dille. Ich verstehe das nicht. Dein Motor müsste funktionieren. Ich habe die Anleitung befolgt. Hehe. Guten Morgen, Herr Wiesel. Ist dir alles okay? Hm. Alles in Ordnung, Gekko. Hahaha. Hahaha. Hm. Ich gebe auf. Lass mich mal nachsehen, Dillen. Äh, 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 äh. Hm. Die schlechte Nachricht ist, dass wir deinen Motor rausnehmen müssen. Aber die gute ist, dass ich einen neuen habe, der viel besser für dich ist. Und für alle anderen auch. Hm, hm. Perfekt. Hm. Wir brauchen Hilfe von der Sonne. Und Dillen auch. Der Akku lädt sich mit Sonnenenergie auf. Während wir Dillens neuen Elektromotor einbauen. Der Akku hin. Dillen auch nicht. Aye. Ich sicher hab dazu aus Gel. Achso Du siehst gut aus, Dylan. Hihi, gut gemacht, Grüni. Saubere Kunden sind glückliche Kunden. Und ein sauberer Planet ist ein glücklicher Planet. Hallo zusammen. Willkommen bei Gekos Werkstatt. Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm, wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist. Hm. Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker. Au. Nein. Daran lag's nicht. Ah. 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 Hm. Wartet mal. Aha. Der arme Bobby hat ein Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Hm. 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 Der Grund für deine Schmerzen ist, aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit Lisp. Die Funken fliegen. Applaus, Applaus. Dann noch ein Pflaster angebracht. Hurra. Grüni, Blaui. Gut gemacht. Hey. Geht es dir besser, Bobby? Ha, ha, ha. Ein weiterer zufriedener Kunde. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Geckos Werkstatt. Bis bald. Oh, seht mal, Mechaniker. Das ist Familie Truck. Guten Morgen miteinander. Oh, da hast du ja ein schönes Boot, Baby Truck. Oh nein, ein Reifen. Der schwimmt ja genau auf Baby Trucks Boot zu. Danke, Mami, Recycling. Jetzt können wir den alten Reifen recyceln. Wartet, seht mal, noch mehr Müll. Hm, der muss von irgendwo flussaufwärts kommen. Kommt mit. Du bleibst hier, Gäbel, und passt auf das Boot auf. Da ist noch mehr Müll. Wo kann der nur herkommen? Herr Wiesel, was soll das denn? Oh, Gekko, ich wollte meinen ganzen Müll loswerden. Oh, die Bremsen klemmen. Man sollte Müll aber nicht in den Fluss werfen. Oh, nein. Er schwimmt genau auf Baby-Truck und ihr Boot zu. Oh, Hilfe! Müll darf man nicht in den Fluss werfen, Herr Wiesel. Das macht den Fluss schmutzig. Fast wäre Baby-Trucks Boot kaputt gegangen. Ein Boot? Ich habe zuletzt als kleines Wiesel mit einem Boot gespielt. Ich habe eine Idee. Müll kann man doch recyceln. Und aus alten Sachen schöne neue machen. Ich zeige es euch. Hurra! Lichtet den Anker. Achtung, hier kommt die MS Wiesel. Das macht so viel Spaß. Aha, und der Fluss ist wieder sauber. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Hallo zusammen. Oho, da stehen ja viele Fahrzeuge in der Schlange für unsere Waschanlage. Oh, danke, Bobby. Ach, Gekko hat mehr Kunden als ich. Aber wenn ich seine Waschanlage kaputt mache, müssen alle meine nutzen. Oho, Baby-Truck. Was kann ich heute für dich tun? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Heiliger Schraubendreher. Was ist mit der Waschanlage los? Ja. Wir müssen sie abschalten. Oh nein, unsere Waschanlage läuft weg. Oh. 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 Oh, das ist einfach zu lustig. Oh. Oh. Donnerwetter, keine Frage. Wir folgen unserer Waschanlage. Oh, lass mich in Ruhe. Danke. Ich habe letzte Woche geduscht. Danke. Nein. Nein, 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 nein. 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 Oh. 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 Wir müssen sie überholen. Mechaniker, wir gehen jetzt rein. Mechaniker, kletter drauf und schraubt die Abdeckung der Schalttafel ab. Schneidet den roten Draht durch. Nicht den gelben Draht, den roten Draht. Nicht grün, rot. Ah. Huh. Hoppla, hopp. Wir haben die Waschanlage gestoppt. Aber, hm, wie kriegen wir sie wieder zurück in die Werkstatt? Bis bald. Hallo zusammen. Heute bekommt Fiona Feuerwehrauto eine Wartung. Das war ein langer Tag. Ah. Entschuldigung. So. Was ist jetzt dran, Mechaniker? Ah. Oh ja. Pfff. 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 Ah! Ah! Ich denke, der gehört dir, Blaui. So, wo waren wir gerade, Mechaniker? Alles fertig? Heiliger Schraubendreher. Das ging ja schnell. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Gekos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig. Also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal. Da kommt Baby Truck, um sauber gemacht zu werden. Hallo Baby Truck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, Plitsch und Platsch. Aktiviere Gekos Autowaschanlage. Das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Truck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht dran. Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gekko. Bis bald. Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Blaui, siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist das, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geschenk, Gekko. Was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow. Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Mechaniker. Mechaniker. Oh. Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier es mal. Hihi. Man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen. Ei. Fröhliches Halloween euch allen. Willkommen in unserer schaurigen Werkstatt. Das ist bestimmt Trevor, der uns seine Halloween-Kürbisse vorbeibringt. Hihi. Oh nein. Jemand hat Trevors Kürbisse gestohlen. Wer macht so etwas Gemeines an Halloween? Wir helfen dir, deine Kürbisse zu suchen, Trevor. Unsere Werkstatt ist fertig dekoriert. Sieh dir das mal an. Was ist das nur für eine Frechheit? Scheinbar macht sich ein Dieb hier breit. Kommt rein zum Gruseln und für Häppchen. Mein Gruselhaus war echt ein Schnäppchen. Nicht so schnell. Das kostet einen Eimer voll Süßigkeiten. Nein, Sly. Hey, du möchtest gern Kürbis-Ferid. Klingt, als hätte Carrie Probleme. Komm mit, Blaui. Barry ist in Gefahr. Zeig uns den Weg. Schaurige Schraubendreher. Wir holen dich hier wieder raus, Barry. Danke, Blaui. Du bist wirklich mein Ritter ohne Furcht und Taden. Los, los, Barry. Hilf mir, Gekko. Ich helfe Ihnen, Herr Wiesel, wenn Sie versprechen, alles Gestohlene zurückzugeben. Oh, okay. Versprochen. Bitteschön, Trevor. Jetzt können alle deine Halloween-Kürbisse bestaunen. Oh, ich hasse Kürbis. Nicht lustig. Bis bald, ihr alle. Fröhliches Halloween. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Mhm. Sehr gut, Erik. Ist es jetzt besser? Hm. Was war das? Oh, das ist Max' Monster-Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Oh nein, Max hat keinen Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Haha, Erik hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Ah, Max, fahr! Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer wird ihm helfen? Hm. Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst. Aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an. Gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh. Der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiterbaggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Ich hab doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder. Mit mehr Arbeit und Spaß bei Gekkos Werkstatt. Alles fertig. Mit diesen Verbesserungen seid ihr unaufhaltbar-Mechaniker. Oh nein! Blau! Komm zurück! Blau! Er ist zu hoch, um ihn zu erreichen. Wir brauchen Hilfe. Oh! Well. Here is Kat. Kat! 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 Es ist ein Notfall. Wir brauchen deine Hilfe, um Blau zu retten. Verstanden, Gekko. Zeit für eine Rettung, Helena. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Kat. Laut dem Peilsender ist Blau in der Nähe. Oh, vielleicht näher als erwartet. Er hat keinen Treibstoff mehr. Das ist unsere Chance. Kat, bring mich zu Blau runter. Sei ein Superheld. Keine Sorge, Blau. Ich bin bei dir. Oh, Blau. Zeit, die Verbesserungen zu testen. Hui. Oh. Oh. Kompadre. Ich wusste nicht, dass Geckos fliegen können. Tja, ich auch nicht. Hallo zusammen. Wir rüsten gerade unsere Waschanlage auf. Jetzt kann sie auch Lack sprühen. Okay, Mami-Track. Los. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Lack trocken ist. Hm. Was könnten wir so lange tun? Wie wär's mit einer Runde verstecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Seid ihr bereit? Ich komme. Hast du Baby Truck und die Mechaniker gesehen, Mama Truck? Hm. Wo könnten sie sein? Have's mit einer Runde dal Wo könnten sie sein? Hm, vielleicht sehe ich mal da nach. Gefunden! Jetzt bin ich dran mit Verstecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! Hallo, Bobby! Oh je! Lass uns die alte Stoßstange ersetzen. Okay, Mechaniker. Nehmt ihr bitte die alte Stoßstange ab? Aber ganz vorsichtig. Langsam! Langsam! Vorsicht, Mechaniker! Wir müssen zusammenarbeiten! Au! Au! Oh! Danke, Grüni! Au! 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 Ihr müsst die Reparatur allein schaffen, Mechaniker! Au! 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 Grüni! Hu! Danke, Grüni! Au! Hu! Mechaniker! Ihr müsst zusammenarbeiten! Oh, gut gemacht, Mechaniker! Seht ihr, wie viel man mit Teamwork schafft? Du bist fertig, Bobby! Hau! Hallo, Brüni! Gefangen, Grüni! Hu! Hu! Hihi! Fertig, Mechaniker! Heute ist Heiligabend und die Werkstatt sieht perfekt aus! Wisst ihr, was ihr euch vom Weihnachtsmann wünscht? Hu! Hu! Oh! Du weißt es nicht, Blaui? Hu! Dann entscheide dich mal! Der Weihnachtsmann kommt bald. Wow, ich dachte nicht, dass er so bald kommt. Hallo, Weihnachtsmann. Gelko, ich brauche deine Hilfe. Meine Renntiere sind krank, also kann ich nicht fliegen. Das müssen wir schnellstens wieder hinbiegen. Bringe ich das Spielzeug nicht heute zu den Kindern, dann wird das die Weihnachtsfreude überall mindern. Keine Sorge, Weihnachtsmann, das kriegen wir hin. Das ist es. Das ist. Wow! 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 Dank Gekkos Team findet Weihnachten statt. Dafür gibt es für euch Geschenke satt. Genau, was ich brauche. Danke, Weihnachtsmann. Weißt du jetzt, was du willst, Blaui? Ho, ho, ho. Du willst fliegen auf meinem Schlitten? Da musst du mich nicht lang drum bitten. Ho, ho, ho. Ho, ho. Wir von Gekkos Werkstatt wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hallo zusammen. Hier ist Gekko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Ein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker. Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Babytruck. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Hey, es ist Max, der Monster Truck. Was können wir heute für dich tun? Oh, du willst wie dein Held aussehen, King Crash? Ich glaube, das schaffen wir, Max. Ich hole mein Werkzeug. Mechaniker, fangt schon mal an. Ich hole mein Werkzeug. Ich hole meine Werkzeug. Äh, äh. Okay, ich habe mein Werkzeug. Hä? Der Mechaniker! Was habt ihr getan? Oh, ihr findet vielleicht, dass er toll aussieht. Aber das wollte er nicht. Keine Sorge, Max. Wir machen das! Fertig, Max. Wolltest du so aussehen? Wieder ein glücklicher Kunde von Gekos Werkstatt. Wir sehen uns bald wieder. Hihihi. 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 Hihihi.